Lass sie in Ruhe! Oh, oh, es tut mir so leid. Ich hoffe, diese beiden Bars-Gesichter haben sie nicht irgendwie belästigt. Und wer sind Sie? Wieso? Ich bin Thaddeus. Was für ein albernes Spiel treiben Sie hier eigentlich? Er ist Thaddeus, er ist Thaddeus, Sie sind Thaddeus, ich bin Thaddeus! Gibt es hier noch weitere Thaddeus, von denen ich wissen sollte? Hier reicht sich raus ab.